Mh Ach egal, ich lass die mal liegen. Eigentlich sollten wir alle möglichen Waffen aufheben, um davon jeweils ein Exemplar zu waben, aber... Ich pfeife jetzt erst mal drauf und ich tränke. Ich denke, speichere auch gleich mal. Mh, wie drauf? Wenn hier Haupttanne steht, dann wird die wohl eher etwas wichtiger sein. So, Kamera schwenkt, danke, noch ein Stück. Achja, genau, Sand können wir ja auch noch brauchen. Kein Sand, schade. So, das ganze scheint folgendermaßen zu laufen. Wir müssen hier einfach mal vorbei, um diese Dinge zu stören und vielleicht irgendwo aufs Anstoßen. Oh, und dann würde die Dame von vorher... Kalina? Wie ist die? Keine Ahnung. Irgend so was hat sich noch... Ich mache besser dieses Weib. Vermutlich holt sie Verstärkung. Ich gehe lesen oder in Erinnerung. Und wie kann man auf jeden Fall auf den Namen... Und... Ja... Diese Damen sind vor allem relativ gut in diversen lästigen Attacken. Deshalb würde ich die Dame eigentlich eher folgendermaßen aus der Kraft setzen. Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Nein, natürlich nicht. Das ist ja unabsichtlich natürlich. So, übrigens wenn man versucht, die bisschen drüber zu sprengen, macht sie das hier. Aber ist danach relativ leicht angreifbar. Und ich denke, ihre große Schwachstelle war... Der hier. So, und du... Hörst auf, mit Sachen zu werfen. Oh. Hier diese Messer. Sehr gut. Danke. Ähm. Schwingen. Hopp. Schwingen. Hopp. Hopp. Ähm. Was machen wir jetzt hier? Da hoch? Wahrscheinlich. Sonst wäre er nicht gerade in den Gegner aufgetaucht. Ich würde aber gerne... Kann ich irgendwie Setten wechseln oder so? Oh. 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 Nicht? Okay. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht daneben springen. Wie gesagt, ich würde hier gerne irgendwie auf die andere Seite der Stange. Benutzt die Bewegungstasten? Ja, wie denn? Ich benutze doch alle Bewegungstasten. Ich möchte doch nur hier rüber irgendwie... Kann ich das Ding auch nicht irgendwie los? Ne. Hm. Hm. Ich vertraue dem Bratten hier nicht so recht. Es sieht nämlich irgendwie so aus, als würde ich von hier aus immer daneben springen, um euch herumzudrehen. Ja, was willst du denn noch von mir? Gibt es da extra eine Taste für herumdrehen oder was? Ja. Wie geht es denn nun in der anderen Seite? Ich will noch ein bisschen mehr aufhören, die Herausforderung zurückgeben. Das ist das. Ich will noch mal zu schützen. Ah, noch mal zu schützen. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 2. 3. Kini gibt es nicht um wenn wir jetzt irgendwie die die Seite wechseln kein Plan wie ich das gemacht habe aber ich habe also muss es wohl irgendwie so funktionieren und da ich Nulli der P3 Prozent Prozent Nein nicht mit Balkenkunde eher so was wie ein Balanceakt von bitte danke die können wir übrigens ein klein wenig abkürzten wenn wir so strengen Oh, Sand, sehr gut um ja ich würde auch also wenn man sich nicht bewegt dann kann man so hin und herrlich verstehe nur und ich wusste es es gibt keine lernblattformen hier nicht wenn sie schon überfragen und aber nicht vor dem leben trachten schmerz ist so ein überwältigendes gefühl auf jeden fall ja vor allem diese art von schmerz ha ok okay dieses wirst er hat sich funktioniert sehr gut so als sie bitte die Kamera danke Kürtel Kinius Kürtel ähm und du hörst nicht, Sachen nach mir zu werfen. Ja genau du! Falsche Richter und wie wirst du hin? Hier hätten wir noch einen kleinen Dolch. Ich nehme jetzt aber fürs erste Mal das Schwert und äh ich schätze wie er es schon so schön schreibt, sollen wir uns vom Porn gleiten lassen und hier nicht runterfallen. Oh hi! Äh du hättest die Waffen ein klein wenig verkrampft. Wie gesagt du hättest die Waffen ein klein wenig verkrampft. Hopp! Weißt du was? Nimm den hier! Oh! Übrigens runterfallen kann man immer nur einfach nicht nur die Balance verlieren. Oh hi! Hättest du jetzt gar nicht erwartet. Ja und das praktische ist wenn man sie ihm jetzt äh Waffen verwirft, dann äh sind sie natürlich kurz abgelenkt, was so viel bedeutet wie sie äh sind schnell angriffbar. Bäm bitch! Na geh in dich drauf, ich möchte deine Waffe haben. Können wir nicht darüber reden? Nein! Nicht mehr! Das versucht es mir um zu bringen, schon vergessen! So, danke! Alle, hopp! Alle, hopp! Hm, alle, hopp! Hopp! Und noch ein Stück noch vor, danke! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss dich um zu losgetaust. ... Wenn ich... Wenn ich... wenn es etwas gibt in einem Game, dass ich außerdem der Hacker äh ... fast... genauso haste, dass ist ne Kombo... aus... ... diesen zwei Gegnern frisst ihn hier! Ja, du hast ihn durchdreуnte Stecken. Und... Problem damit... so kennt euch mehr durch meinst du eins es gibt es durch das wenig durch können wir würden ja eigentlich so ein hebel ziehen die ich da gerade so schön siehe okay das ding ist offen und das bedeutet für uns ich versuche es nur was genau hier hin perfekt ich würde sagen da waren wir noch nicht ich würde sagen da geht es auch ziemlich ziemlich abwärts was auf prinz ich dass du wieder deinen selbstmordversuchen unterliegst das kommt bei den zusehen nicht ganz so gut und wir haben hier was zu trinken und es ist sehr schön bitte danke mal kurz speichern ich möchte das spiel speichern hier ich möchte sagen da kämpft jemand und nicht nur irgendjemand Wie heißt das so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Lasst von ihr ab. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Äh... Hörst du bitte auf, du jetzt. Danke. Da werdet ihr euch wohl noch mehr anschauen. Du weißt mir ja auch so, dass man nicht über sie drüber springen kann. Aus... äh... diversen Gründen. Und wir können ihr auch irgendwie, denke ich, nicht hochhelfen. Wir müssen... Au. Hauptsächlich verhindern... ...dass jene Dame die andere... ...und ihr nennt euch schon. ...nach unten... äh, also nicht nach unten wirft. Ihr hättet fliehen sollen, als ihr noch die Möglichkeit dazu hattet. Au. Okay, nee. So wenig Leben will ich nicht haben. Ja, gerne doch. Bitte sehr. Woah. Es ist klein. Ey, ich hatte den Block an. Ja, das würde ich meinen. Und das würde ich auch meinen. Ach du Scheiße, wir brauchen gerade den ganzen Sand. Ich denke, ich sollte lieber ein bisschen mehr blocken. Und die Gestalten, dass wir nicht noch mehr Leben verlieren. Ansonsten sieht's relativ schlecht für uns aus. Es ist kein Platz für euch auf dieser Insel. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Double Power! Oh. Ja. Die Double Power meinte ich eigentlich nicht. Oh. Ihr habt die Wahl! Lauf oder sterbt! Äh, und wie wäre es mir jetzt keins von beiden? Kompromiss? Ja, okay, also... Wir wissen, was auf uns zukommt. Jetzt können wir uns entsprechend verhalten. Ich denke, das Beste, was sie gebracht hat, war eine Sechser-Kombo oder so. Also merken, wenn sie bestimmte Bewegungen macht, äh, wird's wahrscheinlich eine längere Kombo, war das... Ja, war die Richtung. Und wer ist dieser Typ hier? Und ist es überhaupt ein Typ? Nein, was? Ja... Ja. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Also, auf ein Neues! Aho, von hinten. Da werdet ihr euch wohl noch mehr anstrengen müssen. So, und du... Ja, genau das... Ihr habt die Wahl. Lauft oder sterbt. Au, au. Das war nicht die gesündeste Version. Ich habe keine Zeit für so etwas. Jetzt haben wir sie... Und was ist hier oben eigentlich? Ja, gerne doch. Oh, wir können also über sie drüber springen. Und ja, du kriegst jetzt einfach mal ein paar Schläge ab, weil ich so nett bin. Ich wurde noch ein wenig in der Luft rum und bekommst noch ein paar Schläge mehr ab. Und wenn ich das immer in happen möchte, weil ich das beide verrückt, also damals die flere zu santé beginnissen. Vielen Dank.